Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zwar habe ich heute Crow and Siege gespielt und ich zeige euch jetzt einige Ausschnitte. Wenn ihr mehr Crow sehen wollt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir jetzt schon einen Daumen nach oben da lasst. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, wir spielen gegen das Wisser. 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 Jetzt kann ich nicht escapen. Ich hoffe, er hat keine Ulti. Ich stehe einfach rein. Egal, 7000 Schaden konnte ich machen. Auf jeden Fall. Ich hoffe es. Das kann ich nicht dutschen. Jetzt war es wieder komplett. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, wir sehenkt mir propre. Und ich weiß nicht. Das passiert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und dasíst dir nicht so ist. Egal wo, ich hab 7.000 Schaden gemacht an dem Save LOL LOL, ein Schuss nur LOL, ein Schaden LOL, ein Schaden tun oder nicht ich habe mich rein und war einfach der wird schon sehr wenn wir die nächsten zieht kriegen haben wir gewonnen macht übelst fand also echt ich liebe gut Oh jetzt. Ja, stimmt. Sehr schön. Ich hoffe, wir können jetzt finishen. Jetzt haben wir Probleme. Ah, nice. Sie ist tot. Was machen die? Hey, warum nehmen... Hä? Wir haben doch Mid-Control. Was suchen die da? Lol. Lol. Oh, gerade der mit 125 Paket bekommen. 16 Euro, 100 Gems und 500 Gold ist das Worth. Funky, hast du deine Broader alle auf 9 fast? Ja, oder? Für dich ist das sogar, glaube ich, Worth, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist heute rosa auf 800 Kappa. Es gibt bestimmt Leute, die wollen auf 1000 pushen. Oder auf 900 bestimmt. Das ist ein RIP, Leute. Das war ein RIP. Und tschüss. Das war ein RIP. Das war ein RIP. Oh, er hat, ähm, aus Versehen rosa Ulti gegeben, ne? Rosa hatte gar keine Ulti. Jetzt. Er hat jetzt rosa auf 700, wenn wir das gewinnen, ne? Ich wollte auch rosa pushen, aber egal. Ich habe keine Lust mehr, rosa zu spielen. Ich spiele später wieder rosa. Oh, er fehlt jetzt gerade Ulti. Jetzt haben wir wieder ein Problem, oder? Holy, mein Damage. Wenn ihr perfekt draufjumpt auf den Save, das ist absolut okay. Falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich kostenlos abonniert und mir einen Daumen nach oben da lasst. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao, haut rein! Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao.